hallo herzlich willkommen zu diesem video oliver schirmer hier ich freue mich dass du ja dir dieses video anschaust und in diesem video geht es um die besten partnerprogramme mit lifetime provision und ich möchte dann auch in diesem video zeigen wo du ja ganz einfach die besten partnerprogramme mit lifetime provision finden kannst bevor ich aber allerdings auf das thema eingehe vielleicht noch ein gedanke dazu weil in den gesprächen die ich führe kommt immer mal wieder das ja das thema auf höhe der provision und ich möchte dir gerne jetzt im folgenden beispiel geben warum es nicht immer auf die höhe der provision ankommt sondern dass du mit weniger provision langfristig sogar mehr verdienen kannst und da kommen nämlich die lifetime provision ins spiel zunächst mal ganz kurz was ist eine lifetime provision das ist eine provision die wird so lange gezahlt wie der kunde der durch dich vermittelt worden ist dementsprechend das produkt bezahlt sehr häufig findet man das in software oder in membership bereich wieder ja das heißt wenn jemand eine software bezahlt dann bekommst du für die vermittlung eine provision und immer wenn die monatsrat oder die jahresgebühr fällig wird dann bekommst du einen gewissen prozentsatz der halt vorher vereinbart wurde und das kann also erfahrungsgemäß sind natürlich diese lifetime provision deutlich niedriger ja wie einmal provisionen das heißt manche partnerprogramme die ja zahlen dann eine einmalige provision für die vermittlung und die sind natürlich in der regel deutlich höher und viele konzentrieren sich einfach darauf ja möglichst viele provisionen zu erhalten bei wenn man kunden gewinnt und aber die höhe der provision ist nicht das ausschlaggebende kriterium natürlich ist es auch wichtig aber wenn du anders an die sache ran gehst kommst du da deutlich besser weg und jetzt einfach mal kurz anhand von dem beispiel dass du sehen kannst was ich damit meine mal angenommen du vermittelst pro monat zehn kunden also 120 kunden pro chỉigen pro jahr an einem partnerprogramm und mal angenommen die monatsgebühr für das produkt betriegt 69 90 und über dass 30 prozent provisionen abzüglich gebühren bekommen dann hättest du in einem jahr bei v jahr 120 kunden und 18 87 euro pro monat also diese 30 prozent abzüglich gebühren hättest du nach einem jahr arbeit eine wiederkehrende provision von 2264 euro monatlich oder eben 27 172 euro pro jahr und wenn du jedes jahr das gleiche macht dann verdoppelt sich ja deine anzahl bzw es kommen ja immer 120 kunden hinzu solltest du nach vier jahren dann 480 kunden 18 euro 87 monatlich sprich provision pro monat 9.057 euro oder wenn man es auf jahr aufs jahr hoch rechnet von 108.000 euro wenn wir einfach mal den vergleich dazu machen ja wenn du jetzt nur auf die höhe der provision der abschluss provision schauen würdest und du würdest dann 100 euro provision bekommen bei einem produkt was du was für 200 euro verkauft wird und du hättest nach vier jahren dieselbe anzahl der kunden geworden gewonnen hättest du im vergleich dazu ja nur 48.000 euro an gesamt provision verdient das ist schon mal deutlich weniger wie die 108.000 und das ist jetzt nur auf die vier jahre gerechnet weil du ja selbst wenn du jetzt nichts mehr machen würdest die 108.000 euro jahr für jahr erhalten wird ist so und deswegen solltest du dir definitiv zuerst mal die mühe machen aus meiner sicht nach lifetime provision ausschau zu halten und dann ich sag mal deinen denn den kunden wert deiner kunden dann zu erhöhen indem du zusätzlich ja produkte mit einer einmal provision vermarkt ist der vorteil ist ganz einfach wenn du dich auf lifetime provision konzentrierst dann hast du einfach auf dauer gesehen das lukrativere modell gewählt ja und du hast ein planbares und sicheres einkommen und der akquisitions aufwand ist ja sowieso einmalig ja also das heißt ob du jetzt den kunden gewinnst an dem du dann 100 euro einmalig verdienst oder einen kunden gewinnst an dem du dauerhaft ich sag mal jetzt wie in dem beispiel ja 19 euro monatlich verdienst der akquisitions aufwand ist ist ja gleich der unterschied liegt halt darin du hast bei einer einmaligen provision halt eben die 100 euro in dem beispiel einmalig und ja bei lifetime provision halt eben immer wiederkehrende einnahmen und deswegen solltest du da definitiv darauf achten und das vielleicht einfach so ein gedanke mal an der stelle nicht immer sofort auf die höhe der provision achten sondern einfach mal schauen was habe ich denn langfristig von dem jeweiligen partnerprogramm dann ja gut dass so viel jetzt mal an der stelle jetzt habe ich dir auf auf meinem blog oliver schirmer der ich verlinkt unterhalb des videos habe ich dir ja ein artikel erstellt wo du das ganze noch mal nachlesen kannst und du findest in diesem artikel auch eine liste ja von den aus meiner sicht besten lifetime partnerprogramm habe ich für dich zusammengefasst so dass du nicht erst großartig suchen muss sondern sofort ja für dich wählen kannst welche partnerprogramme für dich in frage kommen und jetzt wünsche ich dir viel spaß ja beim lesen des artikels und natürlich beim anmelden der partnerprogramme und natürlich wünsche ich dir ja viel viel erfolg und natürlich viele viele ja lifetime provision in diesem sinne wenn das ganze wirklich hilfreich war würde ich mich freuen wenn du ja unterhalb des videos ja ein like da lässt der sache ja oder vielleicht auch ein kommentar dir kurz die zeit nimmst und das ganze kommentiert und natürlich dass wir uns dann im nächsten video wiedersehen bis dahin wünsche dir alles alles gute maximalen erfolg dein oliver schirmer ciao ciao